Ja hallo, ich wollte mal zeigen wie man von Mark Forster übermorgen auf dem Keyboard spielt, wenn hauptsächlich nur die schwarzen Tasten benutzt, ab und zu mal perweise. Es geht hier los, die Akkorde, das ist der erste Akkord, das ist der zweite Akkord, das ist der dritte Akkord, später kommt hier noch eine, aber hauptsächlich spielt man halt nur mit vier Akkorden. Ich bin der dritte Akkord, das ist der dritte Akkord, der dritte Akkord, später kommt hier noch! Aber auch nicht, sondern es war übrigens ein bisschen schwarzen! Wenn man mit vier Akkord abgeholt, dann kommt man, glatt die Akkord, wenn man in der dritte Akkord abgeholt, das ist der dritte Akkord abgeholt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, so ungefähr, 100% kann es natürlich noch nicht Ja, viel Spaß beim Nachspielen